Hey Jungs, alles klar bei euch? Puh, was für ein Stress war das zuletzt. Nun ist vorbei, wir haben die Schule geschafft. Wer hätte gedacht, wie die Zeit vergeht? Erinnert ihr euch noch an den Schnupperunterricht, als wir uns kennengelernt haben? Natürlich, der Unterricht war super, aber verstanden haben wir damit noch nichts. Und nun gebe ich den Indikator hinzu und die Chemikalie färbt sich rot. Toll waren unsere Weihnachtsfeiern mit den leckeren Keksen, die uns der Hausmeister jedes Mal gebacken hat. Das Rezept sollten wir unbedingt noch erfragen. Stimmt. So, und jetzt noch die letzte Kugel angebracht? Lieber Hausmeister, reichen Sie nun den Kindern ein paar Kekse. Wie habe ich mich auf die russischen Austauschschülerinnen gefreut. Dank der guten Schulbildung konnten wir uns prima mit ihnen verständigen. Das Sportfest war auch jedes Jahr super. Ich meine einen Tag, an dem man zeigen konnte, was man sportlich so drauf hat. Und der Nächste bitte. Und du kannst dich schon mal vorbereiten. 4,89 Meter und 3,10 Meter. Prima. Und los. Die Theaterleute des White Horse Theaters kamen extra wegen uns aus England angereist und bereicherten mit ihrem Programm die gesamte Schule. Seitdem habe ich Theaterluft für mich entdeckt. Zum Jahresabschluss waren wir immer alle sehr froh, dass die Schulleitung uns Projekttage ermöglichte, bei denen wir unser vermitteltes Wissen praktisch anwenden konnten. So dreht sie mir unseren eigenen Film. So, jetzt fangen wir mit der Stop-Motion-Animation an. Das wird sicher super. Lasst uns auf das Ende dieser wunderschönen Zeit anstoßen. Das war's für heute.